Batiwidiwidi. Sicherheit bringen ist schwierig, aber zumindest versuchen. Auch wenn man es mir nicht mehr so ansieht, aber kein Kommentar. Ja, hi, ich bin Mats, bin 32 Jahre alt, mache das Ganze hier jetzt seit fast vier Jahren. Gebürtig komme ich aus Papenburg und wohne zurzeit in Moorweg bei Esens. Nee, heute noch nicht. Gelernt habe ich Fachkraft für Lagerlogistik? Ich denke, ich wäre vermutlich irgendwo in dem Berufsfeld. Nein. Auch nicht, nein. Audi R8, V10 Plus. Alcantara. Ähm, ja, bisschen. Über meinen Verkaufsleiter. Ähm, heute. Dann doch lieber das warme Bier. Zocken. Äh, FIFA. Waschanlage. Kohle. Leistung. Fahrer natürlich. Quattro natürlich. Schokolade. 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 Vielen Dank.